Mojön, es sind Kiwanis Pöppchen und ich beglebe dich während ich momentan am Spidol. Und in diesem Film erkläre ich dir den Auflauf von dem Tag am Spidol, wann es dort operiert muss gehen. Dafür weiß ich dir, wie diesen Tag für Charlotte verliebt. Natürlich gehört er von seinem Mann Begleit. Der Doktor erklärt dir, dass sie einen chirurgischen Angriff bei dir mischt, für das du auch ganz gesund bist. Während der Operation musst du bei den Anästhesist gehen. An einem Gespräch, zusammen mit den Älteren, evaluiert ihr den Gesundheitszustand. Für sich zu vergewissern, dass du an aller Sicherheit operiert kannst gehen. Der Anästhesist erklärt dir, dass du über deine Maske Gas anutmen musst, für Alkoholschluft zu gehen. Du nur kannst den Chirurg durchoperieren. Du brauchst dir kein Surgen zu machen. Sobald du schläfst, gesäßt, hängst und riechst du nicht mehr. Während der Operation bleibt der Anästhesist bei dir, für deinen Herzschlag an den Ortpunkt zu erwachen, auch für euch zu gehen, dass alles gut geht. Hier noch erklärt dir auch, dass du den Tag von der Operation aneignen musst. Aneignen bedeutet, dass ihr vom Vierabend von Mittag neuer Stunde nicht mehr Gäser getrunken könnt. Wenn du Medikamente wählen musst, musst du dem Doktor das suchen. Den Anästhesist wählt dann der Tag von Medikamenten aus, dass du für eine Operation bekommst. Entweder als Stöpchen, als Spritz oder für zu schlicken. Das Medikament bekommst du nur für den Angriff und helft dir, dich zu entspannen. Das kannst du in der Sicht angewiesen. Hier seht ihr auch, dass es wichtig ist, dass du den Tag für den Angriff anwesst, in Duschhölz oder an Bede gehst, an den Hohen wäschst. Natürlich musst du ein Dudu und Anfaschmaschinen. So, dann gehst du mir jetzt den Tag von der Operation. Hau das ein besonderes Tag für dich, weil du an den Spital gehst, für operieren zu gehen. Natürlich geht dein Mann oder dein Papa oder allen zwei Matja. Vielleicht musst du an den Akkai gehen, für dich und zu melden. Sobald paar Bäume in Ordnung sind, seht sie dir, wo es du hingehen musst. Dein Firmier empfängt dich, erweist dir dein Zimmer für den Tag. Ein Bett leidet komisch hier. Das musst du undun tun, als du an den Operationssaal gehst. Dein Firmier füllt ein Dossier von den Firmier mit den älteren Pferden aus, an der dir Brassli und wo dein Numm auf vier Numm draufstehen. So wie es jeder redet zu jeder Zeit, wenn es du passt, auch wenn du schläfst. Sie guckt, ob du auch kein Nählag, ob der Fanger auf das Nähl ist, weil die Farbe von den Nählern am Anästhesisten mehr schlägt, zu kontrollieren, ob es dir gut geht. Du musst den Bichuen ausdauen, weil du Mikrobendruck können sehen. Dein Firmier füllt dich, ob du auch nicht was an der Temperatur. Erst du dann an den Operationssaal gehst, schick dein Firmier durch nachher ein Chirub-Toilett-Pipi-Mann. Und nun kriegst du dein erstes Medikament, für dich ob die Operation viel zu beraten. Kannst du dich erinnern, wie den Anästhesist dir das erklärt wird? Durch das Medikament bist du entspannt am anderen gestresst. Pass auf, dass du dein Dudu an den Chirub-Toilett-Pipi nicht vergisst. Sie sind den ganzen Tag bei dir. Den Operationssaal am Spital ist der Platz, wo ganz streng Hygiennormen angehalten muss gehen. Ternwäschung, eine Maske und du, für das kein Mikroben vorbereitet gehen, einen Scherlott-Absetzer für die Haare zusammenzuhalten. Am grossen Ganzen ist das dein Platz, der ganz proper muss sein. Den Älteren, der ja nicht die richtige Kleider dafür haben, dürfen nicht mit dir durchgehen. Mit kein Solch, steig du dir an den Chirub-Toilett-Pipi bleiben bei dir. Dein Firmierhaus zum Operationssaal empfängt dich. Da kannst du dein Papa und deine Mama noch an dich küsse gehen und ihn bisher noch suchen. Da kannst du einen Operationssaal, wo viele frähe Apparaten sind. Dem Monitoring herstellt. Du bist ein Anästhesist, weißt du, wo du dein Herz schlägt. Die Sialitek, ein Lourd, der ganz viel Licht möchte, mit kein Schilder werft. Den Operationsdurch und so weiter. Mach dir keinen Gedanken, dein Dudu an den Chirub-Toilett-Pipi sind hier. Also dein Anästhesist, werde dich anzuschlaufen. Und das mit Hilfe von der Maske, die hier in dir ja schon während der Konsultation bei ihm erklärt wird. Er rät dir, um etwas Schönes zu denken. Sobald du abgeschlafen bist, kriegst du eine Perfusion. Das ist eine klängende Schlauch, die an den Wehen am Arm gelöscht wird. Und durchdienst du, wenn es dann nötig ist, Medikamente wegkriegt. Den denkt auch du dazu, dich gut zu hydratieren, für das dein Körper Produkte von der Anästhesie rüm eliminieren kann. Das ist wichtig, dass du bist, dass du rüm hingehst, gut darauf aufpassen. Los kann der Chirurg dich operieren. Wenn der Nackere fertig ist, also zeitlich rüm zerwaschen. Reif dir den Anästhesist durch über dein Maske Sauerstoff anutmen. Ehe den älteren Rüm bei dich können, musst du noch ein bisschen an der Salle der Rewey bleiben, wo auch Überwachungsapparater sind. Ein Infirmier bleibt bei dir. Wenn der Anästhesist ein Akkord geht, kannst du rüm zurück an dein Zimmer. Keiner Infirmier kriegt Bescheid gesucht, dass sie durchsische kommen kann. Eher sie durchsische könnt, informiert sie den Älteren, dass du die Zahl der Rewey verlassen kannst und dass sie bei dir kommen können. So, jederin ist gut am Zimmer hochkommen. Dein Dudu an den Kiwanis Pöpchen auch. Dein Firmier erklärt dir, dass du Abhänger bestimmter Zeit, die den Anästhesist auch in Hurt trinken kannst. Und du nur, wenn alles an der Reihe ist, auch essen kannst. Wenn du dann ausgerollt bist, kannst du mit deinem Freiwilligen aus der Äquipe der Kribui spielen. Sie proposieren dir, dein Spiel oder ein Buch auszusichern. Erst du rüm heim darfst gehen, musst du gezer getrunken und an ob Toilett gewischt sind. Du musst auch werden, bis dass die Anästhesisten und der Chirurg bei dir waren. Sie müssen allen zwei hier an Akkord gehen, für das du rüm heim darfst gehen. Denn dazu noch rief dann ein Firmier de Jun für nur zu frohne Balles an der Reihe an, für ob eventuell frohe von Dingen älteren zu entfalten. Und dann, bis zum nächsten Mal. Und dann, bis zum nächsten Mal. Und dann, bis zum nächsten Mal. Und dann, bis zum nächsten Mal.